Fünfters, ey, Fünfters, dann machen wir was dazu in dem Abend, ja? Schau, wir warten ja schon, zumindest nach einer Viertelstunde. Ich mein, wenn die Sommerzeit nicht wär, ja? Oder wenn die Sommerzeit noch wär, dann wären wir schon eher dran. Aber so sind wir arm dran. Lieber arm dran, als arm ab. Ich komm ja schon so lange. Wir kommen einfach nicht dran. Das steht bei Kassenpatienten und gesetzlich Versicherte. Ja, ich weiß nicht, was wir noch machen sollen. Die warten hier wie geholt und nicht gestellt. Also, wir kommen jetzt noch ein paar Bauch. Das ist jetzt nicht so. Ja, wir kommen jetzt mal, da war es euch im Frühstück... Ja, wir müssen mal bereit sein. Oh, nein! Ja! Ja, wir müssen mal wieder ein paar Böden. Ich hab keine Rüste ein. Ach, so langweilig, ey. 4,5 Stunden, dann noch 2 Bands. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Also, machen wir nur hier. Ich hab ein bisschen Bock mehr drauf. Wir wollen jetzt zu Lars' Mutter ins Bett, da ist wärmer und gemütlicher als wir uns. Ja. Na, 4 Sekunden. Alles klar? Anfangen soll's, wenn du Scheiße hier, jetzt, was ich sag, dann direkt hier. Jo, er sagt das, er sagt das. Ja, damit, äh, hören wir mal auf, ja.